Auch kein Spinnenauge jetzt, ich brauche auch kein... Nur der Rest ist eigentlich ganz okay bis jetzt. Brauchen wir mal ganz kurz eine Werkbank hierher, eine Werkbank, so. Und da hänge ich mir mal ganz kurz zwei davon dran und dann nämlich brauche ich nämlich auch nicht mehr... ...das. Und dann brauche ich nämlich auch nicht mehr, die 8-Jährbank habe ich jetzt schon draußen stehen. Das heißt, da muss ich nichts mehr ändern, ansonsten... Na gut, das soll das mal reichen. Gut, dann tue ich jetzt alles weg und dann habe ich wieder ein bisschen platz im Inventar. Unsere Not haben wir immer noch die Ender Chests, aber ich möchte trotzdem erstmal... ...so weit kommen, dass unser Inventar dafür ausreicht, dann nehme ich wirklich nur das Beste vom Besten nach Hause. Moment, dann muss ich ja hierbleiben. Außer hier Lagun finde ich ja auch, da könntest du so geil so Strandbars drumrum bauen, aber wenn du die ganzen Durken abreißt, überall Sandimbo... ...und so geile Strandbars drumrum basteln, so. So Lagunen oder hier so, um dieses Ding herum so ein richtiges, so ein richtiger Hafen könnte man hier hinbauen. So like a session's Creed würde auch geil aussehen. Was lag denn hier so? Neue Bürme werden gerendet oder oder was? Ja, jetzt sehe ich gerade, jetzt sind wir einmal hier und jetzt finden wir die Vogue Bench wieder. Wenn wir mal so viele Work Benches auf der Welt stehen haben, das wird's fantastisch sein. So, dann sägen wir einfach mal los über das Meer hinüber. Ach ja. Endlose Weiten. Ähm... So, oh ja, gut. Die Meere wurden ja gekürzt. So viele Endlose Weiten gibt es ja gar nicht mehr. Äh... Sieht aber auch nicht wirklich spannend aus, deswegen säge ich mal drumrum. Du siehst nicht spannend aus. Mach doch mal was draus. Aus dir, kleine Insel. Was ist denn das? Ne, Qualer. Ja, mach doch mal was. Aus deinem Anlitz, kleine Insel. Dann wirst du irgendwann sehr schön sein, kleine Insel. Ach ja. Wow, wie das gerade, oh, wie das gerade lackt, ey. Uiuiui. Da muss das aber, alter, oh, guck dir mal die Tintenfische an, alter Späte. Da muss es aber gerade ordentlich rennen, damit es gepackt kriegt hier. So, ich bin schon wie bei 30 FPS jetzt gerade, falls jemand fragt. Deswegen wundert sich gerade, dass es so extrem gelackt hat, aber na gut, kann ich alles erwarten. Oh, was soll das? Hä, ich hab so gar nicht die Erde berührt. Dann halt nicht, dann geh mal halt so weiter, ist auch nicht schlimm. Da sind ein paar Schweine. Da ist ein bisschen Flieder. Den nehme ich natürlich gleich mit, weil da haben wir noch nicht so viel, also nicht mehr so viel. So, das fliegt weg. Sooo, an der Sinne ist ja gar nicht viel, das ist ja die Pfingstdose, gell. Pfingstdose. So, was haben wir denn hier auf dieser kleinen, wohlbesonnene Insel. Na ja, Schweine, was haben wir denn hier? Das sind wirklich ziemlich klein. Hier ist, Autsch, Sand. Wir haben Sand gefunden, ich bin begeistert, das ist wirklich ein neues Biom. Es gibt hier Sand. Warum sind denn diese Potzeugegende denn so? Ich will das unbedingt mal sehen. Boah, ist denn mit dem FPS jetzt los? Ich hab nichts offen. Das ist wieder mal so eine Aufnahme, da könnte es dir den Kopf greifen. Krank, FPS spinnen rum, satte Probleme. Obwohl es gar keine Satteprobleme gibt, weil man keine Satteprobleme gibt. Finde ich ein bisschen komisch, aber wenigstens gibt es da mal wieder was seltenes. Du musst halt Dungeons finden dafür. Na, wir haben halt genug Satteprobleme, aber wenn du was für unterwegs sein brauchst, dann musst du da immer einen mitnehmen. Ah, scheint auch eine größere Insel zu sein. Na, mein Glück. Mein Glück, mein Glück. Dein Glück ist auch mein Glück. Unser Glück. Unser Glück, ja. Das bekannte Unser Glück. So, noch eine Kuh. Und da hätten sie noch mehr Kühe, dann können wir nichts mit dem Filet nach Hause. Flupp, 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 flupp. So, noch ein bisschen was essen. Ganz kurzen Moment, aber glück auf der schaufel oder glück 3 ja genau ich könnte doch theoretisch einfach mal liegt noch fleisch in xp fleisch in xp wenn man die tierischen töten und sommer nicht so nutzen das ist für mich und selber war töten aus spaß ist nicht schön ich habe sand aufgehoben und ich habe nicht mal ein stack okay ich dachte ich habe wesentlich mehr mit glück 3 weißt du denkst du wirst du tonnen und dann hast du nicht mal ein stack naja süßen wie geht so was dann aber auch mal zu schwer so laut dass ich noch und dann ja alles und du was das und wie geht hier ein sumpf los dann wir gehen wir zwar in den sumpf ich habe lieber ein boot das wird mir sonst zuständig lieber ein boot er braucht nicht lieber lieber bot lieber lieber lieben liebes boot liebes boot auch ein liebes boot ein liebes boot manchmal manchmal so liebes boot fach was laber ich wir sind auf see und angeln fisch gibt ja neuen fisch ich möchte probiere neuen fisch zu angeln weiß an los komm schon ich weiß dass du möchtest beißen na los level ist hart ich fahr lieber aus meinem boot und zwar lege ich mein boot hier noch beim angeln das ist ja bei ihr das boot habe ich kaputt aber soll an der list erster herrn der branche nie sehr gut ich war noch nie sehr gut in dem raden eine lage von Bonbon bei Spice weist Foreis beis doch bitte was an Ok, wir sind hier wieder auf einer größeren Insel gelandet. Jawohl, Scharf, beißt an. Flipp. Flipp. Mein Scharf. So. Wow. Hallo, Creeper. Wolltest du mir was sagen? Ich glaube, er wollte sagen... Kaputt. Ähm, pepum. Bum 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 Tierinvasion oder was? Hier planen sie also ihren Aufstand. Alter, guck dir's mal an hier. Das geht aber gar nicht klar. Ja, du bist kein ledigliches Tier. Ich rede von denen da. Alter, es geht ja ab. Backruhig, ja, da komm ich noch ein Stück rum. Das passt schon. Ich hab auch sonst nichts zu tun. Alter, späte, guck, alter. Sie bring ich nicht, und ich kann es vergessen. Sie sieht voll süß aus hier. Die haben ja alles. Ich mein, die haben Lava und Pilze. Was will ein Tier mehr? Kein Wunder, dass sie so gut wachsen. Zwischen Lava und Pilzen. Ich geh weg. Ich verzisch mich. Ich weiß, wir wollen in die Höhle rein gehen. Machen wir natürlich auch. Allerdings möchte ich natürlich vorher irgendwas lustiges entdecken also ich bleibe es nicht nur nur in die höhle reinzugehen ich hoffe es zumindest nicht ich will vorher schon auch ich glaube ich habe da hinten gerade mangroven gesehen oder war das wieder waren das wieder die von vorhin die schwarzeichen ob die feine rausgemacht habe und fortschritt zu installieren um den daisy mod zu installieren war es im perfekt alles nicht funktioniert wird ich sehe es von hier gar nicht richtig ich glaube aus den schwarzeichen mangroven sehen glaube ich anders aus ich bin mir nicht sicher doch ich glaube es ist so dass ich einen slime ich habe schon lange kein slime mehr gekillt ich tournament slime holen hallo slime der doch einfach alle slims so viele lustige du 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 des falles wer hätt gedacht dass alles verhause alles lands für jetzt gedacht nur slimes lacht für kleiner slime macht ihr doch nicht echt ins hemmdchen mit rein wie sie warum ich heute zu versinken keine ahnung aber verstehe ich meine kreativen phase oh mein bohrer bitte hab sie nicht öfters an pitts bio bald dass du dabei ich hoffe alles klar die bauen sich also doch eine unterirdische zivilisation auf ich habe es doch gewusst daneben so nach oben geschoben und dann sind wir hier und da schon das und noch ein pilz ich habe mich doch wo der bio jetzt ist denn ich gerade gesehen hat manchmal ein der gar nichts selbst ich sehe und er kommt also hier können echt viele monster leben ja genau so sieht ich habe ich gemeint helfer schwede was spannendes außer zombies geläte spinnen und so ein zeug das spannende ist doch mal zu was zum spiel und spaß haben und dann habe ich spiel verloren schade ich dachte schaff's hier haben ein paar schweine tausend skelette aber tausende dieser skelette haha daneben die präumrück die präum Boston wenn er nicht stirbisten, un partner oben wird die POLICE sind die mon DX blume alter die legt drauf an sind so großen orden rumlaufen das absolut nicht geht nicht schick nicht gesund für so eine kurde in größeren verbänden um zu laufen weil er kommt so ein nevergast und bamba macht man flottigen so bleibt mir fern ich habe ein schwer und ich werde es benutzen allein ich habe neue bäume gesehen neue bräume ich habe neue bäume gesehen oder sind das doch wieder dieselben langweiligen schwarzholzeichen dinge weil sie mal zu 100 prozent ihrer sicherheit ob es wirklich mangroben gibt ich habe so mal gehört dass es welche geben soll in der wand auftauchen und dass sie denn die er noch mal aus dem nächste hexe 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 den bau die 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 bau natürlich natürlich hat sie nicht vergiftet natürlich hat sie nicht vergiftet natürlich hat sie nicht vergiftet SNL homais Android wenn er und um WYT das überle seule power Prozent Okay, Moment. Ich möchte ungern sterben, jetzt. Okay. Optionen, nochmal. Das hätte ich nämlich jetzt nicht überlebt. So, da war Lacken Möhre gerade. Hui. Die Xen sind echt gefährlich. Da muss man wirklich vom Nadekampf machen. Ich werde versuchen, das... ...einzuhalten. Das sind nicht mal, das sind nicht mal neue Bäume, oder? Doch, das sind die neuen Bäume. Das sind die neuen Bäume. Ne, sind nicht die neuen Bäume. Das sind ganz normale... Wow. Das sind ganz normale vierblättrige, äh, vierstämmige... ...eichenbäume. Komm her, ich versteck mich wieder morgen. Alter, willst du mich verarschen? Ein FPS hat ich gerade. Liegt das in den Wald, oder was? 30? Ich hab 30 FPS jetzt wieder, ich raff das nicht. Man muss Minecraft einfach nicht verstehen, weißt du? So, soll ich so ne Grafik... ...und dann so einfach extrem lucky... ...jetzt hab ich wieder 20... ...25... ...30... ...25... ...ist schon klar. Stab.